Hallihallo Leute, hier seht ihr mich mal wieder, direkt so mit dem Mikro vor der Bratze, ohne irgendwas, ohne alles. Ja, es ist mal wieder Zeit für ein Vlog, finde ich. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit mal wieder einen machen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Tja, die Sache ist die, einmal wollte ich schon die ganze Zeit mal wieder einen Vlog machen, aber ich bin echt leider überhaupt null dazu gekommen. Deswegen mache ich jetzt mal eins, mal wieder, man sieht es vielleicht mitten in der Nacht, wenn ich das Licht ausmache, wird es dunkel, wenn ich das Licht anmache, ist hell. Heute auch ohne Greenscreen und alles, weil ich gerade ein bisschen noch getan habe am Computer. Ja, ich habe mal gedacht, ich melde mich mal wieder zu Wort. Habe ich schon lange nicht mehr getan, weil ich irgendwie nie weiß, was ich sage momentan. Aber es wird doch mal wieder Zeit, dass ich auch mal hier wieder meine Bratze zeige. Und die hat Dinge zu verkünden. Diese Bratze da hat heute Sachen zu sagen. Und zwar möchte ich einmal auf die Samstags, also Freitag, Samstags, Sonntag Folgen eingehen. Dann möchte ich Minecraft und Minecraft DC mal ein paar Worte zu verlieren. Ja, in Sachen Livestreams. Und ich habe mal nicht einen Zettel geschrieben, deswegen gucke ich auch immer so schräg nach unten. Ich habe mal einen Zettel geschrieben und auch in Sachen Folgenlänge möchte ich auch mal ein, zwei Töne sagen. So, und zwar fangen wir einfach mal an mit Little Inferno, was jetzt jeden Samstag kommt. Es ist so ein kleines, aber wirklich schönes Spiel. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Klein, fein, aber empfehlenswert. Und auch, es lohnt sich mal reinzuschauen. Hat mir unglaublich Spaß gemacht, das Spiel. Mein Bein juckt. Hat mir unglaublich Spaß gemacht, das Spiel. Und ich wünschte, es gäbe mehr so kleine Spielchen, die so einen begeistern können. Die sie einen so krass begeistern können. Also viel, 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 viel mehr. Es gibt viele, aber noch nicht genug. Noch nicht genug. Wenn man denkt, das ist ein einfachstes Spiel, man zündet Dinge an. Man muss Kombinationen finden, wie man Dinge anzünden kann. Und es macht trotzdem Spaß ohne Ende. Und es ist trotzdem irgendwie mitreißend. Wenn ihr es mehr, wenn ihr es anschauen werdet, das werden insgesamt, sind das Little Inferno. Warte, ich muss mal kurz gucken. Ich habe ja zum Glück alles da. Little Inferno sind wie viele Folgen, fertige Folgen? Mach fertige Folgen, Ordner auf, danke. Little Inferno sind insgesamt sieben Folgen nur. Dann sind wir durch. Schaut es euch an. Es ist wirklich, es reißt einen mit. Und auch wenn ich nicht so drauf eingehe, ich bin nicht so der, der so, ja. Dann, das war der Nummer Uno, Little Inferno. Ein schönes Spiel, was anschauenswert ist und auch selbstholenswert. Ja. Dann Minecraft. Ihr habt es ja bestimmt mehr mitbekommen. Minecraft Folge 700 war erst mal die letzte Folge. Ich habe es oft genug gesagt. Ich habe es auch ein paar Mal so gesagt im Stream. Ich habe es ein paar Mal in Minecraft selber gesagt. Und nach 700 kam nichts mehr. Ja, ich muss sagen, ich habe momentan, also ich habe jetzt gerade aktuell wieder Lust auf Minecraft. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, wie die Aufnahme entstand und alles, wenig Lust auf Minecraft Vanilla. Auf das normale Minecraft Teil. Einfach so die ganze Zeit Blöcke platzieren, Blöcke abbauen. Da hatte ich wenig Lust zu. Also, deswegen habe ich mich entschieden, ein anderes Minecraft mal zu machen. Minecraft ist ein schönes Spiel. Minecraft ist ein tolles Spiel. Im Grunde Lego. Im Grunde ist es Lego. Und wer hat denn Lego nicht gespielt? Wer liebt denn Lego nicht? Im Grunde ist es Lego. Außer man tritt auf den Legostein. Das kann dir natürlich bei Minecraft nicht passieren. Ähm, ja. Hatte ich damals wirklich, also momentan hätte ich mal wieder Lust, ein, zwei Stündchen aufzunehmen und sowas. Werde ich vielleicht auch die Tage umsetzen, wie die Zeit erreicht. Ähm, Minecraft war dann erstmal bei 700 Schluss und wird jetzt auch erstmal bei 700 Schluss bleiben. Wird pausiert bleiben. Ähm, dafür gibt es ja was anderes Blockiges. Und zwar habe ich ja Minecraft Tech World, beziehungsweise Minecraft DC mit dem Modpack Tech World 2 gestartet. Das mache ich mit meinem lieben Drag zusammen. Ähm, ja. Ich habe Bock auf Technik, ich habe Bock auf das Modpack, äh, Modpack. Und da habe ich einfach mal wieder richtig losgelegt mit Chris, sozusagen. Mit den ersten paar Nächten durchgehend aufgenommen. Wir haben dann wirklich viele Folgen fertig gehabt. Viele Folgen. Weil ich es mich einfach mal wieder so hingerissen hat auf Minecraft Tech World. Und es wird auf jeden Fall weiter funktionieren und weiter laufen. Dann. Ähm, in Sachen Livestreams. Habe ich ja in letzter Zeit ein bisschen runtergeschraubt. Weil ich habe ja, ähm, muss ich ehrlich sagen, ich habe ja, ich habe täglich gestreamt. Jeden Tag so drei, drei, drei bis vier Stunden. Und ich habe gemerkt, für mich, ich schaffe es nicht mit meinem Leben zu vereinbaren. Mir hat die Zeit gefehlt, sozusagen. Ich habe, ich habe zwar jeden Tag die Streams geschafft. Aber ich habe viele Sachen im echten Leben nicht geschafft. Worum ich jetzt da wirklich mal nachgeholt habe. Dann war ich letzte Woche, da hat es mich ein wenig erwischt gehabt. Da gab es dann auch keine Streams. Ähm, und mit Livestream und Aufnehmen zum Beispiel. Deswegen gibt es auch nicht alles, was im Livestream gesehen wird, nehme ich immer auf und kommt auch mit auf den Kanal. Zurechtgeschnitten ein bisschen. Aber, ähm, ich schaffe es nicht, dann noch was aufzunehmen. Wenn ich noch Stream, ihr müsst mal denken, ich arbeite jeden Tag acht Stunden. Das heißt, acht Stunden und 45 Minuten bin ich in der Arbeit, weil die Pausezeit ist ja. Freizeit wird ja nicht bezahlt. Ähm, das heißt, ich bin fast neun Stunden nicht zu Hause. Ich stehe früh um sechs Uhr. Also, ich bin um sechs in der Arbeit. Ich, ähm, komme um drei heim. Ähm, will natürlich auch erstmal ein bisschen ausschnaufen, einen Kaffee trinken und so. Das sind meistens viere. Dann noch ein, zwei Sachen schnell machen. Ähm, wie zum Beispiel, ich hab ne Wohnung, ich muss Wäsche waschen, ich, was weiß ich alles. Ich muss Besorgungen machen und, und, und. Und dann wieder zu streamen. Du kommst nicht zu viel. Du kommst nicht zu viel. Und dann noch irgendwo zu schauen, dass du nebenbei noch ne Aufnahme reinhausen kannst. Das geht halt leider nicht. Da, ähm, ich bin halt, für mich ist halt das alles hier Hobby. Und das ist kein Beruf für mich. Daher wird's auch nie werden. Manche, ich bin kein Hartz-IV-Empfänger, der, die, der zu Hause ist. Gut, nicht alle. Manche schauen, haben schon immer. Aber ich bin halt niemand, der den ganzen Tag Zeit hat. Und das tun kann. Daher, ähm, geht das leider nicht. Ich schau immer wieder mich an. Schaffe ich das leider nicht. Und das ist das Problem halt, warum ich dann auch viele Livestream-Aufbefolgen nehme und in den, äh, auch hochlade. Aber das wissen eigentlich alle, dass ich das mache. Und da gab's bis jetzt noch keine Probleme. Also. Dann Folgenlänge. Das ist das andere, worauf ich mal hinaus möchte. Und zwar, ähm, je immer so ein stündliches Folge hochzuladen, ist ein bisschen heftig, glaube ich, auch für euch zum Zuschauen. Und für mich selbst auch, weil schnell das Material weggeht. Gut, aus dem Livestream, weil ich ja viel gestreamt habe und alles, haben wir viel Material bekommen. Aber, ich will, ähm, die Folgenlänge nun verändern. Und zwar werde ich das jetzt ab allen zukünftigen Sachen machen, beziehungsweise ab jetzt, bis auf Kingdoms of Amalur, das werde ich noch weiterhin so beibehalten. Mit einer Stunde pro Folge. Und zwar werde ich jetzt, das so machen. Ich werde, ähm, alles, 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 ähm, mit im Livestream aufnehmen. Alles. Also wirklich alles. Außer, ab und zu mal eine Ausnahme vielleicht, aber ich versuche jetzt, alles im Livestream aufzunehmen und es nebenbei zu streamen. Und dann will ich, ähm, wenn das alles fertig, äh, die Folgenlänge rausschneiden. Viele Sachen habe ich ja, ja eigentlich, ja, okay, doch, genau so. Ähm, zuvor habe ich ja immer geschaut, dass ich da eine Pause mache. Ich mache das jetzt ganz anders, ich werde jetzt in sechs Stunden Part oder sowas machen und dann hochladen, runterladen, weil ich weiß nicht, bei mir frisst es irgendwie die Saunspur nicht, was das OBS rauskommt. Ich kann es auch nicht sagen, warum. Ähm, werde ich es hochladen, runterladen, ähm, dann geht's. Dann werde ich es in meinem, werde ich schneiden, rendern und alles und, ähm, auf eine gewisse Folgenlänge. Minecraft DC wird 20 Minuten haben. So, Pi mal Daumen, 20 Minuten, aber ich schaue schon immer auf 20 Minuten zu kommen. Ähm, die Samstags, äh, Freitag, Samstag, Sonntag, Folgen werden eine halbe Stunde gehen. Das heißt, ähm, halbe Stunde. Gut, halbe Stunde. Ähm, und Kingdoms of, äh, Kingdoms of Amalur, also der Nachfolger, wird dann The Forest sein. Das sind wir schon ganz fleißig am, am, schnetzeln, schlachten, Bäume fällen. Stöcke sammeln? Stöcke sammeln könnt ihr, ja, Stöcke sammeln. Ja, Stöcke sammeln. Ähm, und natürlich auch Kunden. Ähm, und Fehler machen, weil man, weil man Forest schießt. Das werdet ihr sehen. Ich hab mir nur so gedacht, hm, ganz viele Gegner. Explosive. Forest tot. Äh, aber Forest tot. Ähm, ja. Ja, das wird auch eine halbe Stunde werden. Halbe Stunde pro Folge. Da werden wir das ganz einfach machen. Ähm, ich werde das rausschneiden. Circa immer so eine halbe Stunde. Wenn es mal ein, zwei Minütchen länger geht oder kürzer geht, nicht böse sein. So. Ähm, man trifft halt nicht genau immer eine halbe Stunde. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die letzte Folge von Little Inferno ist, 29 Minuten 4 Sekunden, 29 Minuten 59, 29 Minuten 59, sowas. Ähm, schau ich, dass ich so mach. Ähm, ich werde das ganze Zeug alles versuchen zu machen und hinzukriegen und ein bisschen wieder mehr zu streamen. Ich hab in letzter Zeit wenig gestreamt. Momentan bin ich ein bisschen auf dem Forest Trip. Ich hab echt Bock auf Forest. Wir haben es ja schon ein paar Mal gestreamt. Ich hab ja schon ein paar Aufnahmen wieder gelöscht, weil ich den Speicherstand gelöscht hatte. Hehe. Ja, ich hab Forest Speicherstand überschrieben, deswegen gab's dann ein neues mit mehr Leuten und ein bisschen mehr. War lustiger. Es sind weiter vorangekommen und und und. Da sind auch nicht immer alle dabei, weil nicht auch immer alle Zeit haben, aber ich mach's jetzt halt so, wenn nicht alle da sind, dann sind halt nicht alle da und wir nehmen trotzdem auf. Also, es einem Mal war René nicht da, Natascha ist auch ab und zu mal mit da, Softice ist mit da. Einer von meinen Zuschauern übrigens, Softice, hallo, Zuschauerchen, der mittlerweile schon mehr als Zuschauer geworden ist, der ist schon so ein Kürzer mit zum Inventar. Unser kleiner Johnny, der Kürzer mit zum Inventar und Softice, falls ich die Stelle finde, wo du Scheiße gebaut hast, ich guck nochmal drüber und notfalls piepst ich was raus. Der hat nicht eine glorreiche Idee gehabt. Ja, das war das und ja, wie gesagt, ich versuch momentan viel aufzunehmen, wieder zum Streamen, ein bisschen mehr Zeit wieder hierher zu schieben, ein bisschen mehr Zeit wieder hier zu verbringen, was leider momentan echt schwer ist, da ich echt einiges um die Ohren habe. Ich muss hier Sachen machen und noch, ja, und ah, ich habe was vergessen. Aber ich glaube, das werde ich mal im Extra-Vlog machen. es werde Zeit einführen für vier Jahre. Der Kanal ist vier Jahre geworden. Soll ich da mal was Extriges machen? Schon, oder? Sagt es mir mal. Soll ich da was Extriges machen? Mache ich mal was Extriges. Wir sehen uns dann im nächsten Vlog. Tschüss.